Oh shit! Das war gerade einer der besten Clips aller Zeiten. Lasst uns wirklich den letzten Clip nochmal zusammen anschauen. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Alle meine Worte in Lines. Creative Code für den Ripe. I Crymax OG. Ihr wisst Bescheid. Hey Leute, zu Crymax U und wir werden heute mal wieder gemeinsam auf die besten Clips der Woche reagieren. Heute am Montag und nicht Sonntag, weil gestern kam ja, wenn nicht du wäre. Verprügelt auf jeden Fall den Like-Button, wenn ihr dieses Format feiert. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und tragt natürlich im Item Shop den Creator Code I Crymax OG ein, Leute. Das ist halt letztendlich einfach eine Frage der Ehre, wer den Creator Code I Crymax OG benutzt. Aber ich würde sagen, wir starten direkt mal mit den besten Clips der Woche. Die lustigsten, die epischsten, die krassesten. Ich dreh hier wieder komplett durch, Leute. Folgt mir auf Instagram, let's go! Oh shit! Was? Warum fällt dieses Teil auf einmal weg? So Leute, der Bruder nimmt auf einem Toaster auf. Ja. Ja. Äh. Dieser Moment, wenn man seinem Bruder einfach die Ehre nimmt, ja. Oh shit! Baller. Okay, Baller hat ihn gerettet. Nein, geh da nicht rein. Das sieht so aus, es wird auch nochmal eine Falle auf dich warten. Ja. Der Typ hat einfach 200 Leben und der Baller und wurde einfach von drei Fallen auseinandergenommen. Oh mein Gott. Oh shit. Ganz mieses Ding mit dem Leben. Bruder, du kannst es schaffen. 5, 4, 3, 2. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Der Sturmdreher hat ihn gerettet. Slow. Okay, langsam. Warum nehmen denn alle heute mit nem Toaster auf? Ja, er fährt in die... Nice. Nice, Bruder. Ey, wenn er ihn jetzt wechselt, ne, dann... Na... Oh mein Gott! Einfach mit Granaten in dem... Noll. Okay, das war auch grad krass. Ich hab's erst gar nicht gecheckt, aber das war krass. Wie er den Schuss ausgewichen ist. Oh shit. Did that really just happen? Ach du... Lol. Was war das für ein krass Timing? Einfach er macht... Er macht Lichtdunkel. Das ist der Bug, Leute. Das ist der Bug! Ja, okay. Ey, er holt ihn mit Granate. Geil. 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 Das hat auf jeden Fall Ziel. Ja, äh, 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 Bruder. Du hast's auf jeden Fall drauf. Oh, das ist ein alter Clip mit den Shopping Cards. Ich vermisse irgendwie ein bisschen die Shopping Cards, Leute. Man hat die zwei irgendwie gar nicht mehr benutzt, aber... Mit zwei Leben. Überlebt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Einkaufswagen hat dir so die Ehre genommen. Wait, really? Alright, get under it. Ey, immer diese Anti-Mates, ne? You guys believe in me, right? Oh. Okay. Rock it right? Ja. Ja. Was machst du da? Er wird einfach mit der Rakete weggeschossen. Ehre genimmt. Geil. Oh mein Gott, der hat's mit diesem, äh, Ice Skin da oben drauf versteckt. Ich hab's auch nicht gesehen. Okay, er hat irgendwie, äh, kugelsichere Helme auf. Nice. Warum bewegen die sich alle nicht? Komm, find ich nicht so ge... Oh. Ey, das ist so ekelhaft, wenn man so die Waffe weggeschossen bekommt. Nice. Geil. Einfach in der Luft weggeschossen. Geil. 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 Er rettet sich zuerst und dann verkackt er. Hä? Wie? Er wurde einfach weggesniped. Geil. Oh shit. Oh shit. Er rüfte den Gegner mit. Oh shit. Oh shit. Tja, wenn der Cop durch die Treppe durchguckt... Alter, okay das ist halt ganz asozial, ja. Oh mein Gott, ich liebe diese Bugs Leute, ich find das so witzig. Alter, er nimmt das mit einer Kartoffel auf. Miese Zeiten. Oh mein Gott, ganz ekelhaft, das Ding, Lava Modus, hab ich gar nicht gefeiert, diesen Modus. Geh in die Palle, äh in die Zone. Oh mein Gott. Oh mein Gott, krass. Jetzt kommen wir zu den Epic Wins für die Woche. Ich werde es jetzt wieder komplett durchdrehen, Leute. Jetzt wird es wieder krass. Rocket Ride, oh mein Gott. Er macht nur einen Chop & Run dabei. Und holt auch noch den Gegner weg, ja. Oh, Zwinnigst Pistole am Anfang, Early Games, sehr stark. Schön, schön. Nicht mehr eben so 50-50 Modus oder so. Was? Einfach das ganze Team läuft in sein Dynamit rein. Ich drehe hier schon wieder komplett durch, Leute. Danke. Oh. No Scope im Sprung in den Flug rein. Alter. Okay, den Clip kann ich schon, den habe ich schon mal gesehen. Hat der es einfach gerettet. Hat der es einfach gerettet. Schöne in den Flug. Einfach Granit Lauter, allright? Krank, ja. Oh mein Gott, Digga. No Scope in der Luft, jage dir der Schotten. Das ist zu krank. Das ist zu krank, Leute. Das ist kein Spaß. ich kann ich kann mir nicht erklären wie er diesen schuss schafft außer das glück ist da kann ich mir sonst nicht anders erklären die clips werden auch echt immer krasser muss man sagen wir haben sie nur einen ausgub gemacht mittlerweile springen wir noch irgendwie über raketen und so weiter drauf machen dabei ausgubt das glückstern immer krankheit schwörst euch leute ok nice schönes ding und alter der kann auf jeden fall zwei drei mal schön in den lauf rein das war auf jeden fall schon älter leckte ok ja gut dass diese gruppen dies das modus ja einfach er holt alle tomaten köpfe weg an der modus war eigentlich auch witzig ja man musste da immer seine base zu verteidigen hat auch spaß gemacht das sah böse aus das sah böse aus wie damals call of duty ich hätte den schuss nie so berechnen können auf alles ja ok ok lass das was ich meine die schüsse werden immer krass ja einfach rocket right into double blind noch und zu no scope in die fresse kraft werfe weit auch zu krass ja ergen krass krasser scheiß leute er selber jetzt tatsächlich wird einfach alles mit fünf leute Ich liebe diese Clips, weil dann die Items so runterregt und feier ich, Leute. Kranke Scheiße. Komm. Wow, shit. Das sind immer wirklich die besten Clips, wenn die Runde dann vorbei ist. Ja, so win-goal. Pervers. Echt pervers, Leute. Oh, ich hab den Gegner nicht mal gesehen da hinten. Krass, ja. Rock, äh, Kranke Launcher-Ride. Oh, shit. Komm. Er wird, oh mein Gott. Let's go. Das war gerade einer der besten Clips aller Zeiten. Lasst uns wirklich den letzten Clip nochmal zusammen anschauen. Guck mal, was er macht. Editiert weg, lässt sich so runterfallen. Timing. Bounce dich nochmal nach oben mit der Planock. Macht nochmal Waffenswitch und bam, in die Fresse mit der Sniper, Alter. Was da los? Verbrüht jetzt den Like-Button, Leute. Das war's gewesen. Die krassesten Clips der Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ey, CrimeX Army, wisst Bescheid. Bis dahin. Haut rein, Leute. Euer CrimeX. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.